Ladies und Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Wir warten. Dann warten wir eben. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Und wenn er es geschafft hat, werdet ihr euch bei mir entschuldigen. So, du verdammter... Nein! Ziegeln, was soll denn das? Das geht entschieden zu weit. Legen Sie die Waffe weg. Ja, das könnte ihm so passen. Aber ich habe es endgültig satt, mir von dieser Pestbeule auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ich will jetzt eine Entschuldigung hören. Laut und deutlich. Wird es bald? Das war alles seine Schuld. Das war alles seine Schuld. Was? Stimmt doch gar nicht. Er ist schuld. Du bist dreimal mehr schuld, ohne Rückfahrkarte. Das gilt nicht. Wohl. Ruhe! Entschuldigt euch gefälligst. Und zwar beide. Sonst rutscht mir gleich der Finger ab. Dann erschieß mich doch. Dann erschieß mich doch. Dann werden alle sehen, wer hier das Arschloch ist. Du stirbst lieber, als es zuzugeben, was? Aber das könnte dir so passen. Na los! Entschuldige dich! Er hat sie doch nicht mehr alle. Warum tut ihr nichts? Er hat sie doch nicht alle. Warum tut ihr nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat eine Waffe. Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Dann hat dieser Spuk endlich ein Ende. Ist ja schon gut. Ich entschuldige mich. Ist ja schon gut. Ich entschuldige mich. Was? Wieso das denn? Vertrau mir. Wir sollten uns entschuldigen. Hast du was im Auge? Ich verliere langsam die Geduld mit euch beiden. Wieso denn mit mir? Das ist alles seine Schuld. Er hat Dohle auf dem Gewissen. Ja, ja. Und nicht nur das. Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Oh, Stecker. Hey! Finger weg! Genau das meine ich. Ständig macht er Ärger. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Was sollen wir denn tun? Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Stecker? Finger weg, habe ich gesagt. Siehst du? Er ist an allem schuld. Er hat John F. Kelly erschossen. Pff. Es reicht! Mutti gestorben ist. Nein! Also, was ist jetzt? Bekomme ich meine Codes oder nicht? Oh oh. Nein. Runter. Oh oh. Hm. Nein tue ich nicht. Nein tue ich nicht. Pust du doch. Nein tue ich nicht. Nein tue ich nicht. Pust du doch. Ja ok. Der dritte Rufus hat es nicht vermasselt. Der dritte Rufus hat es nicht vermasselt. Was ist das ein Babyphone klingelt. Ja hallo. Oh. Ja. Da soll was. Ähm. In den Panzer. Und los geht's. Hey was soll denn das. Hey. Hey. Aua. Verdammt tut das weh. Ich sag doch ich fahre. Na dann nichts mehr weg hier. Ja. Los Volker. Komm schon. Mach dich nicht so schwer. Wir haben noch Arbeit vor uns. Die wirst du wohl ohne mich erledigen müssen. Ich schaffe es nicht mehr. Nein. Wovon redest du denn da. Natürlich schaffst du das. Leider nicht. Er hat mich doch ganz schön getroffen. Du bist jetzt wieder auf dich allein gestellt. Versprich mir. Dass du Goal retten wirst. Und Deponia. Und dass du es nach Elysium schaffst. Tu es. Tu es für mich. Halte durch. Du kannst es noch schaffen. Halte durch. Du kannst es noch schaffen. Nein. Es ist zu spät. Alles wird dunkel. Du musst wach bleiben. Hörst du? Hieb jetzt nicht auf. Mach dir mal keine Sorgen um mich. Ich komme schon klar. Solange ich auf der anderen Seite keine Schrott pressen reparieren muss. Lass mich jetzt nicht alleine. Lass mich jetzt nicht allein. Du kriegst das auch ohne mich hin. Du hast es immer alleine geschafft. Wäre doch eh blöd gewesen. Wenn wir uns den Ruhm hätten beteilen müssen. Ich schaff das nicht ohne dich. Ich schaff das nicht ohne dich. Ich schaff das nicht ohne dich. Och kleiner Anakin. Äh. Oh. Was tust du? Und tief in deinem Herzen weißt du das auch. Ich. Ich glaube an dich. Ich schaff das nicht ohne dich. Ach. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Ich bin ja auch echt lässig. Mach es gut. Hufus. 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 Hast du's bald. Ich will ja nicht unromantisch erscheinen. Aber wir haben hier nach wie vor ein paar riesige ... Tja, das war's dann wohl. Schließlich hast du es doch noch geschafft, uns alle zu töten. Die Kanone war unsere letzte Chance. Und nun ist sie verstopft. Wir werden alle sterben. Und es ist alles deine Schuld. Vielen Dank auch, Rufus. Stopp! Ihr solltet euch was schämen. Ihr wollt allen Ernstes Rufus die Schuld geben? Wo wärt ihr denn jetzt ohne ihn? Doch immer noch zu Hause in Kuwak oder auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und ihr würdet da euer kleines Süppchen kochen und nicht einmal hochgucken, bevor die Bombentürme ihre Klammern öffnen. Er war es, der euch hierher gebracht hat. Er hat für euch und euren Planeten gekämpft. Und das, obwohl ihr ihn hasst. Er hätte mehrfach mit mir nach Elysium gehen können. Aber er tat es nicht, weil er euren Planeten nicht auf dem Gewissen haben wollte. Und nun verdammt ihr ihn nur, weil er das gleiche auch für Elysium tut? Goal! Oh, Goal! Du lebst! Und du siehst gut aus! Und... und du lebst! Aber... Okay. Aber warum eigentlich? Wo warst du nur? Das ist eine lange Geschichte. Wie damit endete, dass Argus mich von der Spitze der oberen Aufstiegsstation werfen ließ. Rufus... ein Rufus sprang mir hinterher und erwischte mich nur wenige Meter vor dem Aufprall. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Flugroboter. Ich wurde abgeworfen, kurz bevor er das Tor zum Rebellenlager passierte. Zum Glück landete ich sanft auf einem Teigtaschenstand. Kann ich euch kurz unterbrechen? Bei aller Wiedersehensfreude... Hallo, Goal! Toni! Wir sind trotzdem noch zum Tode verurteilt. Ihr erinnert euch? Lass sie doch, Toni! Es ist egal. Wir können ohnehin nichts mehr tun. Ich weigere mich, das zu glauben. Es muss noch einen Weg geben. Hm. Was guckt ihr mich so an? Mein Plan war das mit der Kanone. Denkt ihr wirklich, ich hätte das gemacht, wenn ich einen anderen Ausweg gesehen hätte? Wenn ihr einen Plan wollt, dann muss der schon von Rufus kommen. Ist das dein Ernst? Und gute Nacht. Ähm. Du, Doc, ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Tagen durchaus ziemlich viel Mist gebaut und... Natürlich hat Rufus einen Plan. Was habe ich? Na, einen Plan. Einen genialen Superplan. Seinen besten bislang. Und er beginnt mit einem P, richtig? Okay, ein Plan. Hier fehlt ein Plan. Nehmen wir mal den Stift. Und schreiben wir mal unseren Plan auf. Okay, ein Plan also. Komm schon, Rufus. Du bist gut in sowas. Du bist super, super, super. Nein, verdammt, bist du nicht. Du hast alles vermasselt. Siegal hatte recht. Der Fahrstuhl ist futsch. Und der Pony wird gesprengt. Kein Plan der Welt könnte das noch aufhalten. Es tut mir leid, ich habe keinen Plan. Komm schon, Rufus. Dir wird etwas einfallen. Ich glaube an dich. Rosa? Hast du vielleicht eine Idee? Leider nein. Hängt doch mal nach. Was würde ich sonst in dieser Situation tun? Ich weiß es nicht. Feuer legen? Das scheint mir wenig zielführend. So bin ich drauf gekommen. Hast du nicht irgendeine Idee? Nein, Rufus. Es tut mir leid. Du hattest recht. Bereits der Plan, Elysium vom Himmel zu schießen, war der reinste Wahnsinn. Aber jetzt ist die Kanone ohnehin durch den Panzer verstopft. Und ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber dir muss etwas einfallen. Du bist doch der echte Bastler von uns beiden. Du irrst dich, Rufus. Ich bin vielleicht ordentlicher, genauer, zuverlässiger, geschickter und um einiges klüger als du. Aber das hier ist nicht die Zeit für bedachtes Handeln. Wenn es jemals den richtigen Augenblick für eine undurchdachte Verzweiflungstat gab, dann jetzt. Aber er hat recht, Rufus. Du kannst das. Nur ein Verrückter würde jetzt noch auf uns setzen. Und das bist du. Genau. Was hier fehlt, ist nicht nur ein weiteres bescheuertes Rufus-Manöver. Wir brauchen den absurdesten Plan, den du jemals ausgeheckt hast. Nicht mehr und nicht weniger als das ultimative Manöver. Okay, wir sind der einzige Rufus. Und als der letzte Rufus entwerfen wir das ultimative Manöver. Naja, es ist nicht so besser als jeder andere. Also klar, wir sind schon zu verlieren. Es wird nicht besser, wenn du noch länger daran rumzuppelst. Die Perücke ist nun mal etwas verbrannt. Na und? Sei froh, dass wenigstens das Kostüm Oppenbots Absturz überlebt hat. Genau. Yippie. So konnte ich meiner eigenen Leiche die Klamotten klauen. Am liebsten würde ich hopsen vor Glück. Meinst du nicht, dass das hier der falsche Moment ist, um sich in eine Zimperlise zu verwandeln? Ist ja schon gut. Meinetwegen kann es losgehen. Na dann, auf nach Elysium. Okay. Auf nach Elysium. Und auf, Litz. Da läuft ja gar nichts. Hast du die Kabelwege überprüft? Ich dachte, das hätte doch gemacht. Alles muss man selber machen. Äh, Tupen? Könnt ihr mal ein Stück Rücken? Was ist denn da hinten? Rufus muss sich konzentrieren. Die Dich von Ja. Hoffentlich werden wir nicht angehalten. Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Und so, ich bin es schon mal nicht. Ich, äh, auch nicht. Das ist bestimmt wieder du, Burg. Sei nicht albern, Frau. Du, vielleicht doch. Ich, äh, weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Äh, ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte! Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Und jetzt sollte es funktionieren. Danke. Ich stelle wieder zu. Jetzt an. Zündung. Das letzte Manöver war auch nicht viel döver, als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst. Chaotisch, doch im Notfall-Szenarium verstumm. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten. Nein, besser mal ihr besserwisser schnabelt die Dumm. Osterwisser schnabelt die Dumm. Okay. Es wird Zeit für das letzte ultimative Manöver. Das letzte Hochboot nach Elysium. Wir sind da. Das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja. Sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in zehn Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal zehn. Ähm, Auge an uns? Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung? Dürfte ich vielleicht kurz mal? Dürfte ich vielleicht kurz mal? Ich störe ja nur ungern, aber... Ich störe ja nur ungern, aber... Hallo? Achtung. Achtung. Huch, Amtmann an Deck. Abteilung stillgestanden. Abteilung stillgestanden. Jawohl, Herr Amtmann. Oha, ich meine, recht so. Gehen wir mal weiter. Okay. Noch mehr von der Sorte? Ähm, Achtung. Amtmann an Deck. Hehehehe. Hey, ich sagte, Amtmann an Deck. Tja, wissen wir doch schon. Entschuldigen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Ha, 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 genau. Ja, ha, 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 ha. Wo er recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ha, ha, ha. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann. Ich war... Ähm, Oralons? Ich will zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr Amtmann, die sollten Sie doch selbst kennen. Ruhiger auf. Ich wollte euch chargen, nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Amtmann? Und? Ich will zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr Amtmann, die sollten Sie doch selbst kennen. Ruhiger auf. Ich wollte euch chargen, nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Dann anhalten. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen als Amtmann. Ja, klar. Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann. Aussteigen, meine Herren. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt genau. Nein. Gliedes? Nein, Argus. Du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm. Wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte. Können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Feuste hoch. Oh, oh. Eieiei. Na los. Ähm. Aufwärts? Ähm. Ähm. Warte. Hebe schon auf. Pedal. Hey. Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Ja. Ja. Ähm. Ähm. Abwärts? Pedal. Lasst das! Einhallen. Pedal. Lasst das! Und anhalten. Jawoll, den sind wir los. Dann nix wie zur Brücke. Tschüss, Argus. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. Im Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, wie wurde er das? Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohler, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol, Amtmann Argus. Oh oh. Der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache, Ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache nie dagewesenerweise, entflammen wird. Und nun stillgestanden. Das Wort hat Amtmann Argus. Oh oh. Das hat er gewusst. Und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch. Geld. Oh oh. Oh ja. Dieser... Dieser Arsch, also... Was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist... Ähm... Dieser Arsch, der hier vor euch steht... Der hier vor euch steht... ...ist nur einer von 11.000 Ärschen hier an Bord. Ist nur einer von 11.000 Ärschen hier an Bord. Wir alle sind Ärschen. Wir alle sind Ärschen. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, ich weiß, was Sie jetzt denken. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Tja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut doch mal unser Logo an. Schaut euch doch mal unser Logo an. Hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier seinen Hinterteil auf dem Weg übergelegt. Und seit er zieht dieser traurige Anblick unser Mann an. Der Abdruck eines nach ewig hängenden Hinter. Da darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Schaut euch doch mal an. Schaut euch doch mal an. Wir verrichten die Brexarbeit für die da oben. Denn wir etwa... Irgendeiner von denen hätte Lust, sich die Hände schmutzig zu machen. Die Planeten in die Luft zu sprengen. Der Ponianer zu terrorisieren. Oder was wir sonst so machen in jedem langen Tag. Lare. Armen Armen, ich sage euch. Die sindst bequem auf ihren breiten Ärsch. Und diese Ärsche, meine Allerwertesten, das sind wir. Schaut mich doch mal an. Schaut mich doch mal an. Ich weiß, jeder von euch hält mich für einen Arsch. Weil ich mich wie einer aufhöre. Aber warum ist das so? Doch nur, weil es von mir erwartet wird. Als Vorgesetzter ist man immer zur Hälfte Arsch und zur Hälfte Vorbild. Und wenn ich euch anscheiße, dann reicht ihr es einfach nach unten weiter. Die Befehlskette ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Kette von Ärschen, die sich gegenseitig anscheißt. Eine demikatorische Pissreine. Schaut euch doch mal um. Was machen wir hier eigentlich? Wir sollen einen Planeten sprengen, auf den wir eigentlich scheißen. Für Leute, die uns an Angst vorbeigehen. Ist es nicht an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass wir hier die Ärsche sind? Warum tun wir also nicht das, was von uns erwarten wird? Und scheißen drauf? Na los! Sagt es! Wir scheißen drauf! Nun, ich könnte euch noch tausend weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Ärschen. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage euch! Oh nein! Ich bin stolz darauf, dass ich bin! Ich bin Eika! Und das seid ihr auch! Ihr seid auch alle Ernst! Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt! Lang lebe der Orte! Scheiße! Sehr inspirierend! Wie immer! Sauber! Dann kann ich ja gehen! Ähm! Wo geht es zur Brücke? Was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau! Nach jeder Ansprache stimmen sie unsere Hymne an! Hehehehe! Das können sie doch nicht vergessen haben! Ähm! Ach so! Die Hymne! Hä? He! 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 Ach nein! Scheiße! Ich erinnere mich! Oh! 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 Die Hymne singen wir dann beim nächsten Mal! Bis dahin! Tschüss!